Herzlich Willkommen, liebe Abonnentinnen und Abonnenten, beziehungsweise schönen guten Abend. Heute wurde tatsächlich bekannt gegeben, dass die Chance, scheinlich zu finden, sich erhöht hat. Es gibt ja immer wieder Spekulationen, nach jeder Generation eigentlich heißt es, die Chance hat sich erhöht. Nun ist es amtlich, die Chance wurde verdoppelt. Früher, in Generation 4 und 5, war die Chance, 1 zu 8192 ein Shiny zu treffen, was, wenn man das nach Adam Riese macht, 0,012% macht. Nun wurde das auf 1 zu 4096 verringert, was immerhin schon mal 0,024% macht. Was es umso bitterer macht, ist, dass ich immer noch kein Shiny gefunden habe, während scheinbar schon die ganze Welt außerhalb von mir eines gefunden hat. Naja, geht mal nicht auf, irgendwann finden wir auch eins. Auf jeden Fall wisst ihr, die Chance auf Shinies hat sich erhöht. Das bedeutet, es lohnt sich keinen Schutz einzusetzen. Wow, ich bin einer der wenigen, die keinen Schutz einzusetzen, trotzdem finde ich keine Shinies. Aber ich wünsche euch allen noch viel Glück beim Shiny jagen. Und schreibt mir doch, wie eure Erfolgschancen bei Shiny fangen sind. Und wie ihr damit umgeht, ob ihr die Neuerung gut findet, ob ihr es gut findet, dass man jetzt mehr Shinies fangen kann. Schreibt es mir in die Kommentare.